So, ja, ja, und dann, ne, ne, noch eins drüber, so, okay, und dann kommt hier ab und zu mal so den Dingens rein, hier mal einen drüber, eins, zwei, drei, und dann kommt hier einer, eins, zwei, drei, und dann hier noch einer, so, genau, richtig, hier kurz, da, Rohholz kommt es da rein, so, und dann, ach, ne, halt es nicht rein, ne, ja, es wird rein, ach, he, 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 ach, so weit vorn waren wir schon, okay, da wäre uns ja fast das Wasser noch über dem Kopf gekommen, ach, da haben wir übrigens noch Clay, das heisst, wir könnten auch noch, ähm, so Bricks tun machen, ne, ähm, so, das, ähm, warte mal, da gibt es noch die, ne, hm, hm, gut, dann mache ich da mal so noch, und jetzt, von dem habe ich ganz bestimmt zu wenig, aber dafür haben wir ja die Plantage da drüben, dass wir auch von denen noch ein bisschen holen können, jetzt machen wir mal die hier, ach, Mist, das war jetzt schlau, die vom Dschungel, denn ich finde die, ah, Mist, ach, ich hätte die Schere, ah, die, ich finde die noch ziemlich schön, so zu dekorieren, also eben in diesem Texturen-Box natürlich, in anderen weiss ich's nicht genau, also, in der Sonne ist ja normal, sonst könnten wir schnell da hinten ein bisschen holen, aber es wird ja bestimmt, ja, es wird ja mal gleich nacht, weil ja klar, und ich denke, für das haben wir schon ein bisschen Gravel, ne, mal sehen, ob wir da, Gravel haben wir, wir nehmen, wir nehmen es einfach mal mit, mal sehen, wie weit, dass wir kommen, 17, ja, das ist ja, das ist ja erbärmlich, also, einfach mal zu Bett gehen und dann, ja, du kannst nicht, du kannst nur nachts schlafen, okay, dann warten wir halt noch ein bisschen, ah, die grillen, die grillen, die grillen, also schon, die zirpen schon, na, komm jetzt, äh, kannst du nicht sein, die Sonne ist da gleich, und, und, der Mond geht auch schon auf, also, komm jetzt, gehen wir doch bitte ins Bett, und danach, ich geh ja gern zu früh ins Bett, ja, mau, ist es schon schön mit den Tieren, die wir überall haben, die Hühner, die gackern, die, die Katze, die miaut, die Hunde, die bellen, die Schafe, die, die Schafe, die Schweine, die grunzen, ach, öh, ihr seid aber nicht aus dem Gehege ausgebrochen, oder, hoffe ich mal für euch, also, jetzt die Schere, ich glaube, wir haben hier eine Schere, ne, ich dachte, wir haben hier eine Schere, hä, die Schere oben, ich hätte wetten können, dass wir hier eine Schere haben, mehr, ach, ja, da ist sie, super, gut, dann gehen wir mal schnell, wenn da, wenn nicht gleich ein Baum gewachsen ist, ah, die eine Birke ist schon gewachsen, gehen wir mal schnell da nach hinten, und holen uns ein paar, Dschungelblätter, weil unsere Dschungel, äh, Bäume ja noch nicht gewachsen sind, so, und schön, dass wir da nicht gleich, einen grossen nehmen, sondern, die haben übrigens normale Blätter da, wir wollen ja einen mit diesen speziellen Blättern, das sind alles normale Blätter, die müssen doch eigentlich, ja, die haben die speziellen, doch, der hat's auch, aber den, nein, den will ich nicht, dann macht das kein so schönes Bild, wenn hier einfach so ein Baum, keine Blätter mehr hat, darum nehmen wir doch den da drüben vielleicht, den wäre doch noch, ja, die können wir schon nehmen, oder der da, ja, so, so, ich hoffe, ich habe Platz im Moment da, dann nehme ich mal ein bisschen Blätter mit, lalalalalalalalalalalalalala, und das legt einfach auch noch ein bisschen, ich weiß nicht wieso, aber wenn wir, äh, wenn wir Blätter farmen, dann legt das immer ein wenig, Okay, das war ein normales, okay. Und 8-Bit Musik im Hintergrund. Als irgemeinspiel, das ich nicht kenne. So. Dann hätten wir das auch schon bald. Mit diesem Baum. Steht jetzt nur noch so rum. Dann holen wir den auch gleich ab. Der warme. Bringt da sonst nichts. Wenn ein Baum keine Blätter mehr hat, dann ist er kein Baum mehr. Dann ist er einfach nur noch ein Holzstamm. Ah, der Golem. Wie schön, dass man dich auch mal wieder sieht. Du untreuer Golem, du. Schön, dass du noch nicht gleich ausgewandert bist. Sondern immer noch ein bisschen in der Nähe bleibst. Asozialer Hengst. Oh, der Dschungelbaum ist gewachsen. Die sind nämlich so gross, die sind so doof zum abbauen. Naja, da ist man manchmal froh, dass man den Timber-Mod hat. Timber-Mod. Wie auch immer. Okay. Okay, dann brauche ich jetzt die Leafs. Wo sind sie denn? Da sind sie. So. Und dann mache ich da gleich ein bisschen weiter. Die Seite an mir. So. Und da und da. Und glaube ich da geht's dann rüber, ne? Ja. Gut, dann kommt da und da. Wird jetzt schon sehr dunkel, oder? Ja, ich habe das Gefühl, es wird gleich dunkel. So. Und, äh. Dann kommen wir da noch. Und einfach mal da noch zwei, weil ich da noch nicht genau weiss, wie ich da rausgehe. Ja, ähm. Machen wir mal so. Und das auch. So. Den könnte ich so einen Steg machen, der nach aussen geht. Also das habe ich auch vor noch zu machen. Und dann, äh, mit dem wenigen Gravel, das wir haben. So schnell die Tür wegreisen, genau. Huch. Jetzt einfach bitte kein Feuerstein. Ach gut. Okay, die Tür da ist sie, äh. Tun wir den Bogen weg. Und dann stellen wir die Tür rein. Und dann 14 haben wir noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf. Zwölf. Jetzt nochmal zwei. Vielleicht mach ich den auch drei breit, ne. Aber ich lass jetzt den mal zwei. So, und Erde haben wir noch, oder? Ja, natürlich. Wenn wir, also wenn wir mal Erde arm sind, dann ist uns nicht mehr zu helfen. Dann weiss ich auch nicht, was da schief gelaufen ist. Und da geht's dann eigentlich, sollte das dann eigentlich so, zweier Weg, da nach hinten gehen, zu unseren, zu unserer Baumpantage. Oh, schon zwei Birken, ein normaler Baum und ein Schuppenbaum. Super. Okay. Ich hab immer, ey, ich denk immer, es wird gleich dunkel. Mann, Mann, Mann. Dann möchte ich eigentlich gerne mal in den Nether gehen, wenn wir das jetzt auch schon haben. Vorher noch schnell, wenn wir schon grad da hinsehen. Auch wenn es noch ein Dreihog ist. Einmal schnell abbauen, damit wir, genau, wir wollen ja zuerst, ähm, unser Schwert enchanten. Also verzaubern, bevor wir hier in den Nether gehen, damit wir hier nicht mit Level 30 in den Nether müssen. So. Und dann. So. So. Und ja, genau. Dingens brauche ich noch. Äh, die, uch, die Seerosen. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel weggenommen. Das ist ja katastrophal. So. Oder ich könnte wenigstens eine Strömung machen, dass das Zeug immer da zu drüben steht. Ne, ich denk, ich tu da auch noch Seerosen hin. Das ist schon wieder ein Geld. Oh, da schwimmt auch noch was. Und da drüben ist, da drüben kommt wieder Land. Ja, wenn ich so schaue, dann sieht man so, dass am Rand, dass halt hinten schon wieder Land kommt. Oh, da liegt es auch noch. So. Und dann. Der letzte noch.